Leute, wir ranken Obst jetzt, würde ich mal sagen. Oh, ne Ananas. Ne Ananas kann ich gar nicht essen, wegen Allergie. Platz 10, sorry, geht nicht. So, ja, die habe ich schon mal probiert. Gefällt mir, deswegen so im Mittelding. Ich bin gespannt, was noch kommt, weil Orangen sind genial. So fresh pressed Orangensaft, Platz 4, richtig geil. What is that? Das sieht aus wie Kürbisse, kenne ich nicht. Klärt mich immer auf. Deswegen, next thing ist genauso komisch. Platz 8. So, was kommt?